Hallo zusammen, mich hier ist wieder Hachala und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Und dazu bin ich schon auf meinen Night Fae Twink geswitcht, denn es ist ein Night Fae Only Mount, was wir uns nur als Night Fae quasi erspielen können. Ich habe es hier schon einmal im Inventar. Hier haben wir das Runenhirsch des Erweckers. Und dieses Mount bekommen wir über das Spesselgebäude Konservatorium der Königin. Und das müsst ihr erstmal hier einmal bei dem Kollegen bauen. Das haben wir hier unten, das Konservatorium der Königin. Und ihr müsst es auf Stufe, also ich meine 3, es könnte aber auch schon 2 reichen. Ich habe es jetzt mittlerweile auf 4, also 3 reicht auf jeden Fall, 2 könnte auch reichen. Da müsste ich jetzt aber gleich nochmal gucken. Warum brauchen wir das abgegradet? Denn wir brauchen im Konservatorium der Königin mehrere Slots, um quasi unsere Wildsamen zum Wachsen zu kriegen. Für die Leute, die jetzt das Konservatorium noch nicht haben oder da gar keinen Plan haben, ihr baut es im Endeffekt und dann könnt ihr euch hier in eure Paktzentrale quasi zum Konservatorium der Königin hinporten. Und wie das Ganze funktioniert, ist eigentlich so, dass ihr, wenn ihr in Shadowlands unterwegs seid oder hier Dailies annehmt und Weeklys, kriegt ihr verschiedene Sachen. Ihr kriegt dann so Samen, solche Geschichten und ihr kriegt dann quasi Katalysatoren. Und die Samen, die pflanzt ihr quasi hier in diese Wildsamenhüllen rein. So eine Leere haben wir hier zum Beispiel, da könnt ihr dann so einen Samen reinpflanzen und mit den Katalysatoren verstärkt er das Ganze. Und aus den Samen können dann verschiedene Sachen rauskommen. Für das Mount brauchen wir einen großen, ungezähmten Geist. Das ist so ein blaues Ding. Es gibt vier verschiedene, quasi vier verschiedene Samenarten. Die sollen anscheinend die vier verschiedenen Reiche repräsentieren. Hier haben wir zum Beispiel einen großen kämpferischen Geist, das ist halt Maldraxxus. Und dann haben wir großer Pflichtbewusster, das ist meine, ich müsste die Bastion sein. Und das hier ist halt der große, ungezähmte Geist. Ich schätze mal, das ist halt der Ardenwaldgeist. Wie gesagt, die könnt ihr halt auch gedroppt bekommen und oder so einfach in der freien Welt, aber halt auch hier über Quests und Dailies und Weekly-Geschichten. Wenn ihr so einen Geist habt, dann solltet ihr den nicht irgendwo einpflanzen, sondern wir brauchen eins, wo wir zumindest zwei Katalysatorenplätze haben. Es funktioniert immer so, wir haben hier den Wildsamen, wo wir es einpflanzen können und dann immer Verbindungen, seht ihr hier, wo diese Katalysatoren eingepflanzt werden. Umso mehr Katalysatoren wir dran haben, umso besseren Loot kriegen wir raus, um es einfach mal zu sagen. Am Anfang habt ihr nur hier hinten eine einzelne Verbindung und habt quasi nur einen Katalysator dran. Und ihr braucht mindestens zwei Katalysatoren. Also ich vermute, ich glaube, den bekommt man als zweites. Hier haben wir auch schon zwei, also müsst es auch mit Stufe 2 schon gehen, dass ihr das Mount rausziehen könnt. Ihr habt aber nur eine Chance und ich habe die ersten zehn Samen, glaube ich, immer nur Handwerksmaterialien bekommen. Also das dauert ein bisschen, das hat nicht so eine hohe Chance. Was macht ihr dann? Es gibt nämlich neben den verschiedenen Samen auch verschiedene Katalysatoren. Insgesamt sind es drei Stück. Es gibt quasi diese Temporalblätter, die erhöhen einfach nur die Zeit, wo das Zeug ausgebrütet wird. Normalerweise dauern die Geschichten immer drei Tage. Da könnt ihr es einfach um einen Tag verkürzen. Wenn ihr natürlich so einen Verkürzungssamen einfügt, dann habt ihr halt nur noch einen Slot. Das solltet ihr nicht machen. Dann habt ihr quasi wilde Nachtblüte. Das erhöht die Ausbeute von Katalysatoren. Also man kann auch kleine Samen einpflanzen, um mehr von diesem Katalysatorenzeug zu bekommen. Das ist auch sinnlos, quasi wenn ihr so einen Wildsamen ausbrütet. Gut, man bekommt, glaube ich, auch mehr Handwerksmaterialien, aber fürs Mount ist es halt Käse. Und dann gibt es quasi Wildsamen, Wurzeln, Faser. Und das ist das epische Material oder die epische Materialien. Und die erhöht die Ausbeute auch von Loot, also auch unter anderem vom Mount. Heißt, wenn ihr das Mount haben wollt, dann braucht ihr einmal einen großen, ungezähmten Geist. Den packt ihr irgendwo drauf, wo ihr zwei Plätze hier habt. Ihr könnt auch einen nehmen, wo ihr drei Plätze habt. Wenn ihr schon auf vier oder wenn ihr auf fünf abgegradet habt, wo ihr vier Plätze habt, dann habt ihr halt noch eine höhere Chance. Wichtig ist aber, ihr müsst erst, ganz, ganz wichtig, ihr packt erst quasi hier diese epischen Teile drauf. Die hier müsst ihr erst drauf packen und dann den Samen rein. Wenn ihr es andersrum macht, dann wirkt es nicht. Weil sobald ihr den Samen reingepflanzt habt, ist es so, dass egal was ihr danach in Katalysatoren reinpackt, das nicht mehr miteinander sich triggert. Ihr müsst erst die Katalysatoren packen und dann den Samen, ich habe das am Anfang falsch gemacht, wenn man das einmal raus hat, dann ist das eigentlich kein Stress. Die Dinger bleiben nämlich immer nur zwölf Stunden. Die Samen dauern im Normalfall, wenn ihr keine Geschwindigkeitssamen mit hier reinpackt, also diesen Katalysatoren, dauern die drei Tage. Also könnt ihr die einmal reinpacken, dann sind die zwölf Stunden aktiv, ihr packt den anderen Samen drauf, dann hat er den Buff und es bleibt auch die volle Zeit dran. Ihr seht hier, die haben auch die ganzen Buffs, obwohl hier keine Katalysatoren mehr dran sind. Also das ist dann egal. Genau, dann packt ihr den Samen rein, wartet drei Tage und wenn ihr Glück habt, zieht es raus. Das ist es eigentlich so im Großen und Ganzen. Wenn ihr euch jetzt fragt, okay, wie kriege ich jetzt diese Katalysatoren her, im Endeffekt kriegt ihr die auch von Drops, Worldquests und anderen Geschichten aus Kisten teilweise. Oder ihr kauft hier, habt ihr Samen für die Katalysatoren, die könnt ihr hier kaufen und dann könnt ihr die auch, diese Samen der Katalysatoren, könnt ihr hier reinpacken. Zum Beispiel, ich kann jetzt hier einen reinpacken, mache aber als erstes eine Nachtblüte ran, das ist der blaue. Die erhöht nämlich die Ausbeute von Katalysatoren. Ihr seht, jetzt hat der den Buff einmal drauf und jetzt kann ich hier einfach easy so einen epischen Samen draufpacken und bekomme dann mehrere epische Wildsamenwurzelfasern raus. Und die kann ich ja dann wiederum verwenden, um meine anderen Samen quasi besser aus oder mehr Ausbeute daraus zu bekommen. Genau, das war es soweit. Also nochmal zusammengefasst, ihr braucht das Night Feature, dann das Konservatorium der Königin auf mindestens zwei. Dann solltet ihr euch einen großen ungezähmten Geist besorgen, wie gesagt über die Daily oder ihr habt einfach Glück und ihr droppt irgendwo von einem Rare oder woanders. Dann packt ihr oder beschafft euch diese Wildwurzelfasern, packt zwei hin, haut dann den Geist rein, wartet drei Tage, wenn ihr Glück habt, ist ein Mount drin. Oder so wie was bei mir war, die ersten zehnmal kriegt ihr nur Handwerksmaterialien. Das ist so, ihr müsst da ein bisschen Glück haben und Zeit drauf verschwenden. Es gibt noch einen Haufen andere Mounts, die man hier rausziehen kann und auch einen Haufen anderer Transmog-Items. Der Runenhirsch des Erweckers ist aber eins der wenigen Mounts, die ihr nur dadurch bekommt. Viele andere Mounts, zum Beispiel jetzt hier bei demselben Samen gibt es noch zwei andere Mounts, die könnt ihr dann teilweise auch von den anderen Covernants bekommen. Da könnt ihr sie gegen Anima kaufen zum Beispiel. Hier müsst ihr halt kein Anima ausgeben. Also ich versuche meine anderen Mounts hier rauszubekommen, dann kann ich mir den Twinks des Anima sparen. So, jetzt gucken wir uns zu guter Letzt noch einmal das Viech an, hätte ich gesagt. Hier Runenhirsch des Erweckers. Das lernen wir mal und gucken es uns an. Erwecker. Da haben wir den Runenhirsch des Erweckers. Oder wir können allgemein mal gucken, wie viele Runenhirsche wir jetzt schon haben. Doch, das ist jetzt der dritte. Da seht ihr das schicke Ding. Das ist jetzt hier ohne viel Panzerung außenrum. Sieht aber dennoch ganz cool aus. Jetzt schauen wir uns auch noch das Mount Special uns an. Naja, das ist so ein bisschen Getrabe. Hat was. Einmal einen Sprung mit quasi so ein bisschen nach hinten. Hat auf jeden Fall was. Also ich finde diese Runenhirsche hübsch. Das ist jetzt natürlich nicht so ein ganz cooler mit cooler Rüstung. Da gibt es schon bessere. Ich habe ja von der Kampagne schon den normalen. Der ist ein bisschen bläulicher. Hier haben wir den ein bisschen grünlich gehalten. Und dann natürlich die coole Version mit noch ein bisschen mehr Geweih und Sattel und anderen Gedönsen. Also das sieht schon noch ein bisschen cooler aus. Ich schätze mal. Hier, genau. Es gibt dann auch noch den verzauberten Runenhirsch des Erweckers. Also da gibt es dann auch noch mal die krassere Version draus. Und ja, die anderen Mounts werden wir uns auch noch jetzt hier so nach und nach über den Covenant freischalten der Night Fee. Da bin ich auf jeden Fall auch mit dem Zwing dran. Gut, ich hoffe, den ein oder anderen konnte ich es einigermaßen erklären. Ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert, dieses System mit dem Konservatorium der Königin. Ich habe auch noch nicht hundertprozentig durch alles durchgeblickt. Wenn ihr noch Tipps und Tricks für mich und oder für die Community habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mount Guide Video wieder. Eute La, bis zum nächsten Mal. Ciao.